Kommt noch einer? Oder machen wir jetzt so? Oder spielen wir? Oder waa 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 Wo ist denn Sibi das wieder schon? Der holt sich was deftiges zu essen Ja was will denn der deftiges machen? Das ist ja ein Schwanzbrand oder so Schwanzbrand So ich bin wieder da, bin nochmal ganz kurz oben Weißte Das ist ein Fick Alles klar, er ist nicht da Können wir starten oder wie sieht's aus? Ja, wir können starten Dankeschön Gerne geschehen Annehm 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 Pada Rache ist yummy Boah first pick, was soll ich first pick picken? Was soll ich da mitnehmen? Thunderlords, schon Thunderlords oder? Einfach Was machen wir? Gib es bei Bravery nachschauen 5 stacken und wenn er 5 naht, dann ist sein nächstes Viech Danke, er bitten mich alle auf einmal, hallo? Weil ein Zuhälter drin liegt Was? Sag nochmal, sag nochmal Warum geht der Sag nicht auf, weil ein Zuhälter drin liegt? Hä, die kenne ich schon Mark Was steht auf dem Grabstein eines Geistersfahrers? Stopp, ich hab's nicht aufgenommen, stopp Warte, warte noch mit dem Joke, warte Mark, ich hab noch einen Winz für dich, ne? Möchtest du hören, Mark? Ja, ja, aber was? Was steht auf dem Grabstein eines Geisters, eines Geisterfahrers? Entgegenkommen, bis zuletzt Okay, ich dachte es wäre jetzt irgendwie Eine Anspielung bei dir oder so Entgegenkommen, bis zuletzt Funny Things So Invade, oder? Invade auf jeden Fall Invade Warte wohl hier Invade, Junge Ja, Invade, los geht's Invade, Invade Los, 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 los Also ich geh full troll, ich weiß ja nicht was ihr macht Ich glaub ihr spielt Serious Ich geh full AP Hä, ich geh irgendwie full Attack Speed oder so'n Scheiß Jetzt fassen sie dich Oh die Ruhe Gute in Welt, Jungs Haha Hinde ja Nein Leckst mich alle am Säckchen, du Ihr müsst wissen, unser Rek'Sai ist gut Er hat kein Keystone dabei und hat geflasht Nein, das hab ich Ich versuche nicht so das Spiel reinzubringen Ich hab Bravery Masteries genommen, Junge Ich hab Bravery Masteries genommen, aber ihr seid ja alle so Pussys Weischt? Ihr seid ja alle so Pussys Wer ist das Kätzchen? Wir haben ausgemacht, dass wir Bravery vielleicht danach ein Game mit Lino spielen Was, Sebi, das war nicht ausgemacht Hä? Das war echt nicht ausgemacht War ich dann gemütlich, als ich das gesagt hab? Ja Keine Ahnung, du warst auf jeden Fall kaputt Du warst ja was deftiges zu essen Ich spiel Rex, ey, bitte Du hast mal Du hättest ungefähr 5 Stunden was deftiges zu essen geholt Ich hab mir 2 Toastbrots in Toaster getan Die haben halt gebraucht, bis sie rausgeploppt sind Junge, weißt du was auch noch braucht, bis sie rausploppt Ja Deine Oma Ich hab Kekse dabei Also ich weiß, dass ich die Midlane safe gewinnen werde Du wirst die Midlane so safe gewinnen wie alle Vetteren Kriege, Alter Alles klar Das ist wieder schon mal nichts für die Aufnahme Wieso nicht? Ja, hallo, erste Folge wurde ja auch Meinst du, dass etwa die Deutschen den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben? Was sollen wir? Ja, genau Du Nazi, Junge Du kleiner Nazi Ich, ich, ich splash jetzt rein Der Geflascht, Junge Komm, 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 komm Komm, 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 komm Wo bist du? Komm doch Ach was? Sag doch was Ich hab doch gesagt Ich nicht Gönn den dir Gönn den dir Ja, renn weg Den schafft der, den schafft der Komm, komm, komm Nein Er will jemanden Blue haben, komm mal her Mark Ja, okay Ja, ich komm Ja Ja, ich, ich entscheide es nicht Der gibt ihn mir Ja, ist doch mir egal Wer zuerst smited oder so ähnlich Ach, fuck Ich hab's mir gesagt, ich nehm ihn Du bist auch Noob, weißt Nur Noobs brauchen Blue Waffe Derjenige, der nicht gecheckt hat, dass man gankt, keine Keystore-Mastery dabei Was kann man da jetzt spielen mit? Ich hab' geflasht Super Linus Super Linus Wir sind ja mitten in der Aufnahme Ich komm, ich komm Jo, hart rein, hart Hart, 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 hart Geh hart und wir nach Hause Geh noch hart Ja, 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 ich geh' nach Hause Komm, 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 komm Wir geh' nach Hause Ja, ich, ich smite Komm, 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 komm Komm, komm, komm Flasht, 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 flasht Okay Mach doch Mach was Ja, die fickt mich Ich bin geblindet Geblindet? Hey, ähm, darf ich fragen, was ihr spielt? Also, jetzt Ich spiel' die Rainbow Six 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 Äh, Empire Stealthy Ja, ist halt Die Bolloffensive Was spielt ihr? Gute Ultimate Bravery, oder? Nö, ich schon Der Rest nicht Nö, das ist ganz krank Gut Boah, ist so'n grausend aus der Blasher Boah, mit 12 AP Ja, ich bin halt gut Ja, Kappa, ja Ich bin halt gut Kann ich mir Haare machen? Haare Ja, kann Ja, ja, Linus Du kannst safe die Haare machen Was? Hey, was hat er denn gesagt? Arrm Achso, ich hab schon Kann ich mir die Haare machen? In Ernst, Mann Kann ich mir die Haare machen? GG, Alter So Endlich mal Ähm, die kommt top Silvie Ja, cool Ja, cool Braucht Information nicht ganz ehrlich Wollt Rechnall, oder was? Ähm, ich hab eine Frage Und zwar Ja, Gendinus Ja, Gendinus Spielt ihr danach Ultimate Bravery, oder? Wer weiß das schon? Jesus, ich glaub nicht Ich? Ich glaub schon, Jesus weiß alles Das stimmt Aber ich bin ja, äh, ich muss sagen Die Kirche, die weiß nicht alles so gut wie ich Doch Kappa? Hey Frau Botlane Schick doch mal ein Ultimate Sebi Hab ich nicht Hab ich nicht ab Ja, was machst du? Ich hab ein Kill gegen die Quinn gemacht Und lab ein Ultimate Das Flame geht's dann wieder los Ja, geht Weißt du, wir spielen Troll Game Ja, Alter, schau, ich komm frisch aus dem Urlaub Ja Komplett kein Stress mehr Und dann Sebi MTS Alter, ich glaub, Sebi Sebi ist auch der, der immer, ähm Die Straßen salzt so im Winter so Gegen Schnee Ja, ne? Der hat so Der ist André nicht da Der André ist glaub nicht da Der, äh, Seilsteuer Nummer 1 Der Mexiko Ich kauf mir jetzt irgendwelche coolen Boots Hier, die hier, die sind knackig Ja, ja Junge, wir müssen echt mal schauen, dass wir Gegner töten Ja, das ist immer gut, Gegner töten Wusstet ihr, wir haben eine neue Lehrerin in unserer Schule? Hm? Bordell's Unonym Hey, die hat die schon Ja! Letztes Jahr Wie heißt die? Bordell's Unonym Wohin geht denn da die? Ja Ha 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 Das kann ich natürlich jetzt, äh, nicht reinschneiden Ja, das kann es So, warten, wir müssen fahren, weil ich es kann Schon wieder Wir haben wieder voll mitbekommen Ja, bla 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 Das war's zu blöd auch, du Das war so richtig, dumm, Alter Ja, ha 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 Tolles, grad'n Flawless Aram, ja Easy Und für dich Linus Ja, find ich auch toll Ja, find ich auch Ja, find ich auch Hey, was? Deine Stimme klingt ungefähr so, als wärst du einmal durch einen Gulli gerutscht und dann wieder raus. Was heißt hier einmal durch einen Gulli gerutscht? Ja, so wie du das Technik machst, Alter. Der hat sich richtig ausgeschissen an, ey. Jetzt gewinnen wir, komm. Jetzt gewinnen wir, Jungs, jetzt noch ein Backdoor. Wir haben, schau mal, wir haben fast alle Tower, ja? Fehlen nicht mehr viele. So, Leute, wir machen Split-Push-Top-Lane. Also, ich. Jungs, einfach aushalten unten, ja? Wir sind gleich durch. Wir haben gleich gewonnen. Komm, 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 komm. Die macht grad nur unsere Bellen. Was? Was? Wohin springt der? Mein Sohn! Der ist für hinspringen, wo er nicht hinspringen sollte. Ja, ja, perfekt für den Innip, ja, ja. Ja, da geht's. Ich glaub, wir verlieren grad, aber egal. Das habt ihr echt gut gemacht. Dankeschön. Ja, 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 ja. Ja, wir haben gleich gewonnen, Jungs, wir haben gleich gewonnen. Jetzt pusht man nämlich. Ach, verdammt. Gewonnen! Jammern! Okay, ja, Cut, editiert jetzt drüber. Fast hätten wir verloren, Leute. Fast hätten wir verloren, das war ganz knapp. Fast hätten wir verloren. Ja. Ähm, einmal Rengar bann bitte und ein Set bann. Ja, haut ein Rengar raus. Bann ihn bitte. Nein! Nein! So, Leute, was soll ich bannen? Was soll ich bannen? Rengar Mann! Oh Gott. Oh Gott? Nein, Ben, Jorik. Jorik? Ja, Jorik. Okay. Danke. Weil ich hab so viele Games gegen den Mann. Ja, ich auch, Mann. Das ist richtig schön, Alter. Ja, ich auch, Mann. Weißt, da geh ich in ein Game rein und sofort Jorik. Ich leb einfach seit zwei Tagen, ne seit einem Tag, von Kirschwein und Flügerl. Ich hab nichts anderes getrunken. Ich glaub, das ist gesund. Der hat echt so immer uns gesund. Ich bin zu voll, mir was anderes holen und deshalb leb ich von Kirschwein und Flügerl. GG. Wieso spielen wir eigentlich ne Poke-Cam-Po-Com-Mit-Cam-Fucking-Nochmal-Rexai? Weil der Poke mit seinem Ding. Ey, du. Ich geh full AP. Ich geh full AP. Und Tess, wir haben da den Poke und wir haben dann den Engage dazu, wenn sie low sind. Ja. Und dann kommt der Speed von Karma und dann... Bei mir skaliert sonst nichts mit AP außer die Q. Kommt das total durchdacht, Leute. Es wird poke for poke, wenn sie low sind, voll hart rein mit Karma und den anderen und dann sind sie tot. Hey, hallo. Hi, hallo, welcome back, Jungs. Ich bin neu in Majoran Gaming. Ich hab jetzt erstmal das... Ich hab mich immer so verskillt. Ich glaub, das ist eins der wenigen LoL-Games, wo ich mal wieder dabei bin. So, nach meiner bisschen Pause. Ja, Marc, stark vermisster Mensch. Ich lebe wieder. Eigentlich nicht. Eigentlich hatte ich also... Kein Mensch hat dich vermisst. In Dein Gleits Karma dann und ja. Und jetzt auch wieder neu. Marc ist eigentlich... Marc war eigentlich so... Das letzte Video wurde drin. Da war ich glaub ich... Es war so... Ich hab 6 Monate zum LoL runterladen gebraucht. Und deshalb bin ich jetzt erst wieder da. Er wohnt halt, ne? Wo wohnst du in... In einem Kur-Ort, hab ich gehört. In einem... In einem... Jungs. Ich hab gehört, wir machen eine Co-Po... Co-Pombo. Eine Co-Pombo mit... Mit was weiß ich... Bravus. Der hier ist aus dem Base-Waggles. Wo ist eigentlich unser... Aha. Israel. Meatland. Karma. Support. Diana. John. Hedl. Drexai. Toplane. Die ist alles durchdacht. Jaja. Epirexel. Mal aufhören zu fressen. Niemann. Schmeckt so geil, Alter. Jetzt kommt der Neandertal. Was isst du? Ich ess Erdbeeren mit Vanilla-Eis- und Eierlikör, Alter. Und das würdest Lidus erleben müssen im Chinesen... Nee, Erdbeeren mit Neandertal. Alter, das war so schlimm. Boah! Was? Da gibt's noch was? Krass. Linus hat die heiße Elo, der Caridons ist durch. Die heißeste Elo. Der heißeste. Ich komm vorbei. Mit Len. Und Squad. Ich komm vorbei. Jetzt, 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 Sebi rein. Ich bin schon da. Eile ja schon. Ja, super. Bist gut geeilt. Komm. Gute Nacht. Bis morgen. Gute Nacht, Sebi. Bis morgen. Gute Nacht, Sebi. Gute Nacht, Sebi. Ja, um elf. Gute Nacht, Sebi. Ja, genau. Um elf ist er wieder. So, Sebi ist jetzt weg. Der muss jetzt leider schlafen gehen. Wir spielen jetzt aber ohnehin weiter ohne einen Mitleider, oder? Wo war Sebi? Mitleider, genau. Hat man eh nicht gemerkt. Wichtig. Oh, ne, Alter, dann sind irgendwelche... sprechen die Sprachen, die kein Mensch kann. Come me lo sue vos yoko tikitaka! Los Hoevus sind doch Eier. Hey, Linus, hoevus sind doch Eier. Hoevus sind Eier. Ja, ich sorge dir irgendwie, du scheiß Jungle hast keine Eier, kommst die ganze heute vorbei oder was was ich. Oder aus kleinen Eier kannst du ein wenig allein halten. Los Fuevos Loco. Oder sie wünschen einfach Frohe Ostern. Frohe Ostern! Stimmt! Das kann sein! Oh Mann, was ist denn der dumme Loll? Mann, Sebi! Jetzt kann ich wieder zensieren. Safe nicht. Was denn? Sind noch Ausländer? Kommen die aus Deutschland? Ja, hä? Der beste Freund hat über den Ressicht vom Mai dran. Warum die erste Folge gesperrt wurde von Funny Moments. Kommt die Wahrheit raus, warum es kein... Erste Folge. Erste Folge. Ja, Majoran die wahre Geschichte. Majoran die wahre Geschichte. Aber die frisst schon ordentlich. Ich hab halt die Morgana geultet gehabt. Was ist so wie Linus? Manchmal ist es echt so, dass Linus mal so vorbeikommt und dann kommt er so... Jau Digga, hast du eben was zu essen? Oder gib eben sowas zu essen. An meiner Party kann ich deine Giotos haben, die du mir geschenkt bekommen hast? Digga Digga Digga. Ja. Die Giotos. Ich will einfach immer Hunger. Und dann geht Linus was essen und dann... Oh, die können wir nur was haben, alter. Keine Norentelle haben. Oh geil, einen Lachs hab ich im Kühlschrank gefunden. Das ist voll geil. Ey, das war Julian. Ich hab keine... Doch. Ne, ich hab die Lachsbrötchen von ihm geschnurrt. Der gegnerische Jungle ist echt so gut, also gegen Lee macht es echt keinen Sinn. Du hast es nicht verstanden? Ist ganz lustig, weil Lee ist ja auch... Lee, ne? Linus und Lee Sin. Oh Gott. Macht... Es macht gegen Lee keinen Sinn. Mein Blu wurde gesteilt, Leute. Wir müssen jetzt Offensive ergreifen... Ah, ne. Wie nennt man's? Belagern. Nein, was muss man ergreifen? Mach'n grad Drake. Oberhand. Initiative muss man ergreifen. Man muss Initiative ergreifen und die gegnerischen Blue zurückstehen. Ja, komm. Kann man nicht mehr richtig schlafen. Ach, komm. Was ist'n des jetzt? Komm. Was ist'n des? Was ist'n des? So, eigentlich... Na, da haben wir noch drin. Bei mir oder Nacht bin ich weg. Oh, Leute, die hab' Ulrich. Das sind ja schon für den Bad. Aufwand. Ja. Leute, willkommen zurück zum... Hi. Game? Keine Ahnung, was spielen wir? Adam? Nee, wir spielen Nico Gadgets. B. 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 Alter, was sterbt ihr so hart? Oh, Comb of Gloom. Voll die Noobs. Ich hätte mal gerne gute Teammates, aber nein, wir haben den Gegner schon Yorick. Das ist halt okay. Ja, das ist ja echt so. Yorick ist so OP. Mit China, Alter. Alter, wo ist der Klick? Wo ist die Hitbox von diesen scheiß Yorick-ingern? Wo ist der Klick? Jungs. Ey, ich hab da mal ne Frage. Wo ist der Klick? Sag mal den Kummerkasten. Ja. Halt die Fresse. Liebes Dr. Sommer Team. Wo ist der Klick? Wo ist der Klick? Ich und meine Freundin suche schon lange nach dem Klick. Aber wo ist der denn jetzt? Wir sitzen abends da und wundern uns, wo der Klick ist. Oh mein. Verlückt das eigentlich immer oder muss man da was besonderes machen? Die Hitbox meine ich, Mann. Die Klickbox. Die Klickbox. Dass du den Scheiß fängst verdrillst. Die Klick. Dann würde ich jetzt mal an die Kummerbox schreiben. An die Klick-Kummerbox. An die... Mit einem Klick. Dass du die Klickkasten suchst. Mit einem Klick ist man bei der Klickbox. Mit einem Klick ist man bei der Klickbox. Weißt du wie es anhört? Verblick dich jetzt hin. Wie so eine Klick. Oder wie so ne Klit. Ich suche bei meiner Freundin schon lange die Klick. Die Klick. Rein da, rein da, rein da. Der Erfolge. Jurek. Zeig doch nicht so bittisch. So zieh das einfach rein. Ich kann nichts machen. Wir müssen halt den Klitz finden. Klick. Klick, Junge. Da müsst ihr voll rein in den Klick. Ist das eigentlich so bei hollen Girlfriends? Haben die auch Klicks? Oh, I'm not even close. Äh, not even Klick. Hey, Mann. Dieses Klit. Oh, lol. Klick. Jetzt echt nicht mehr witzig. Wurdest du hart geklickt. So, was ist das hier? Wieso klicken die alle hier? Flash, okay. Weibabu. Alter. Warte, 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 warte. Jaaaa. Jurek. Nice. Nice. So. Ich glaub wir sind grad bei deiner Mom. Die heulende Schlucht. Alter. Wow, das ist Jurek. Der kleine Greiberbumser. Oh, nice. Der kleine Spatenspalter. Der kleine Totengräber, ey. Alles klar. Jeden ist die Gneut hat den gekillt. Schön. Alter, halt auf die Fresse jetzt, Mann. Ich hab wenigstens mehr Kills als du. Du scheiß Drecks. Was? Was geht denn jetzt ab? Alles zufrieden, Feuer. Eier, Eier. Suchen und dann auf einmal so. Und dann auf einmal so richtige Eskalation. Das war ja nicht mal ein Flame, Linus. Das war ja einfach nur das Spiel. Ich hab dich auch nicht gefallen. Die wollte es einfach nur höflich gesagt haben. Höflich. Wir brauchen mehr Damage. Wir müssen gleich rein, wenn wir da sind. Das ist vorbei. Gut, Jungs. Geh, geh. Das war's dann auch heute, ja? Die Spiele waren dabei. Aber noch nicht so gute Spiele dabei. Muss man mal sagen. Oh, jetzt sind genau die guten Spiele nicht aufgenommen worden. Ja. Ja.